Hallo, hier ist die Jen. Willkommen bei Nosyrosy. Heute aus der Sauna in meinem Wohnzimmer. Es ist wirklich sehr heiß hier oben. Fünf bis oberen Schoss, Dachgeschoss. Die Fenster kann ich nicht jederzeit öffnen zum Lüften wegen den Katzen und es ist einfach unerträglich. Diese Woche haben wir das Thema Lesben und Kinderwunsch. Wir haben ja auch gerade die Umfrage, ob ihr es toll finden würdet, wenn wir ab sofort ein Wochenthema haben. Aktuell sieht es aus, ob es mehr Stimmen dafür gibt. Finde ich auch okay. Dann ist ja auch mal ganz interessant zu sehen, was wir unterschiedlichen Roses darüber so sagen. Und von daher bin ich mal gespannt, was da in Zukunft noch für Themen auf uns zukommen. Also wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wie gesagt, zögert nicht. Teilt die uns mit. Schreibt uns einfach eine Mail am besten. Und dann kommen die auf jeden Fall auf die Liste. So, zum eigentlichen Thema. Ich bin ja eigentlich im Großen und Ganzen, also eigentlich komplett der Meinung von Cassandra, dass ich es nicht verstehen kann, dass man in Deutschland nicht adoptieren darf oder sich nicht als Lesbe künstlich befruchten darf. Das habe ich ja schon in meinem Homo-E-Video gesagt. Also das muss ich ja nicht nochmal wieder breittreten. Ich persönlich, ich denke, das dauert irgendwie eh noch ein paar Jahre, bis ich wirklich selbst ein Kind haben will. Ich muss ja erst mal jetzt mein Studium zu Ende bringen. Übrigens hat das alles gut geklappt letzte Woche mit meiner Bachelor-Thesis. Ich bin jetzt Bachelor of Arts Architecture. Habe jetzt erst mal drei Monate frei und dann geht es weiter mit dem Master. Genau. Und das dauert nochmal zwei Jahre. Und da so in der Zeit habe ich sowieso keinen Kopf dafür irgendwie ein Kind zu kriegen oder so. Von daher danach, also in drei Jahren oder so, werde ich mir mal Gedanken darüber machen. Und vielleicht ist es dann ja auch schon soweit, dass man das ganz legal in Deutschland machen darf. Aber wenn nicht, denke ich mal, dass meine Freundin und ich das mit der von Cassandra beschriebenen Bechermethode machen werden. Und zwar geht das ja mit der nadellosen Spritze, was Cassandra sagte. Am besten den Herrn, den man sich dann ausgesucht hat, ins Nebenzimmer schicken mit einem kleinen Becherchen. Es wird ja auch Bechermethode genannt, das dann in die nadellose Spritze umfüllen. Und dann darf die Freundin sich da zu Schatten machen und die Geschichte irgendwo dann einpumpen. Ich glaube, das ist ziemlich eklig. Aber ich denke mal, es ist die günstigste Methode auch einfach. Denn so eine Adoption oder künstliche Befruchtung ist erstens teuer und zweitens, vor allem bei einer Adoption, muss man ja, denke ich mal, Ewigkeiten warten. Und ich würde es auf jeden Fall mit dieser Wechermethode erstmal ausprobieren. Ist natürlich schwierig. Also man muss es, denke ich mal, oft versuchen und mehrere Versuche starten. Und darf dann nicht ungeduldig werden, da das sein kann, dass es nicht sofort funktioniert. Aber, also ich glaube, bei den meisten oder bei vielen Fortsen ist das dann auch. Ja, und dann nochmal dazu, dass viele schreiben, ja es ist unverantwortlich, ein Kind bei Homosexuellen aufzuwachsen. Also bei zwei Frauen oder zwei Männern, da fehlt dann ja jeweils das Anlagegeschlecht. Also bei zwei Frauen fehlt dann ein Kind ja ein Vater oder bei zwei Männern halt die Mutter. Aber, ich meine, hallo, es gibt so viele, so viele alleinerziehende Mütter, da ist auch kein Vater dabei. Und trotzdem geht es den Kindern schon meistens gut. Und, also, das ist ja wirklich mal ein sehr schwaches Argument. Außerdem wäre es mir zum Beispiel wichtig, wenn ich mir jetzt einen Samenbespender suche, dass das Kind auch weiß, dass das der Vater ist. Und dass der Mann dann, ob er nun hetero oder homosexuell ist, ist ja auch schlutzpieps egal, sich auch mit dem Kind beschäftigt. Warum eigentlich nicht? Und wenn das Kind dann wirklich mal irgendwas hat, was es nun mit einer männlichen Person besprechen muss, kann es ja dahin gehen. Oder es wird ja sicherlich auch so im Bekanntenkreis männliche Bezugspersonen geben. Oder später in der Schule wird es ja auch Lehrer geben, wenn es unbedingt ein Mann sein muss. Aber ich meine, wie gesagt, es muss echt nicht sein. So, außerdem, wenn jetzt auch noch Leute kommen, die sagen, das Kind wird mit Diskriminierung leben müssen und so, da kann ich dann auch wieder mit einer Studie punkten. Denn die Universität von Kalifornien hat das nämlich mal erforscht. Die haben nämlich 20 Jahre lang 78 Kinder begleitet, von Geburt an, aus unterschiedlichen Familienverhältnissen, ob es jetzt, also auch im finanziellen Bereich oder von der sozialen Umgebung und auch bei lesbischen Müttern. Und da ist dabei rausgekommen, dass die Kinder von den Frauen, von den lesbischen Müttern, viel weniger aggressiv sind, dass sie besser in der Schule sind, dass sie weniger soziale Probleme haben und dass es denen einfach tendenziell und prozentual besser geht. Also, Lesben sind die besseren Mütter. Merkt euch das. Auch wurde da festgestellt, dass zwar ungefähr die Hälfte der Kinder mit den lesbischen Müttern zwar auch gehänselt wurden vielleicht, also aus diesem Grund, aber dass es keine psychologischen, negativen Auswirkungen auf die hatte. Meine Güte, es gibt so viele Gründe, warum Kinder gehänselt werden und ich glaube, jedes Kind wird mal in der Schule gehänselt oder wegen irgendwas ausgelacht. Und da kommt man doch schon mit klar, oder? Also, ob man jetzt eine Brille hat oder ein bisschen dicker ist oder whatever. Also, es gibt echt keine Probleme. Es kann mir echt keiner erzählen, dass Kinder von Schwulen oder Lesben, dass die Probleme haben. Ein Beweis dafür, die ich nämlich noch. Nämlich meine Freundin, die ist nämlich mit zwei Frauen groß geworden. Okay, manche mögen jetzt sagen, ja, vielleicht ist sie deswegen ja auch lesbisch, aber sie hat eine Schwester und die ist sowas von stockhetero. Also, dann wäre die ja auch lesbisch, wenn das der Grund dafür wäre. Ne? Vielleicht hatte sie es dann ein bisschen einfacher mit dem Outing und so oder ist einfach toleranter aufgewachsen sowieso. Aber das ist ja nur gut für sie. Ja. Das war eigentlich schon alles, was ich dazu sagen wollte. Ich werde jetzt gleich nochmal unter die Dusche sprengen und ich glaube dann ins Bett gehen. Ich bin so müde, muss morgen so früh aufstehen. Aber der Unistress ist vorbei, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt das tolle Wetter. Geht ins Freibad, geht an die Ostsee. Das ist sehr toll da. Und ja, bis denn. Die Jen. Ein experimentales Erfrischungsgetränk. Man nehme ein Glas, sehr viel Eis. Eine halbe Flasche Smoothie. In diesem Falle Mango Passion. Was sprudelndes mit Salomon. Was ist geil. Ob ich das nicht so süß mag. Keine noch einen Schuss gleich los Wasser hinzu, wie was ich gerade getan habe. Tschüss.